Was ist Minecraft-Skylands? Was ist Minecraft-Skylands? So, wir nehmen uns hier vorgefekte Maps. Hier sind so ein paar Hilfsmittel. Kompass brauchen wir. Wir könnten eigentlich alles gebrauchen. Fackeln. Das Painting machen wir einfach mal zur Schönerung hier hin. Wow. Himmel. What a surprise. Ja. Das da brauchen wir noch. Und das. Genau. Volles Equip. Ich nehme mal zur Sicherheit noch Steine hin mit. Ja, genau. So. Ich hoffe, wir haben uns jetzt genug gewappnet. Ich habe Angst da oben. Ist da irgendwas? Okay, hier oben ist nichts. Hier stehen Tipps. Ich gehe die jetzt mal durch. Ja, wir haben gerade auf Easy Mode. But different lands are more rich in ours than others. There are caves just like on the surface of Minecraft. Ja. Okay. Make sure you stash your loot before using one. Das verstehe ich nicht. Spawn Passwords can strip you of your items. Ach so, ja, genau. Das kann ich euch gleich erklären. Just look to the south of this house of one. Also, das ist so ein kleines Future, das ihr eingebaut habt. In dem Ordner von dieser Map ist ein Passwort-System drin. Und auf der Map gibt es ganz viele Monumente. Große Monumente mit Passwörtern drauf. Und wenn man diese in dieses Programm eingibt, dann versetzt er den Spawn an die Stelle. Das heißt so viel wie, wir können an verschiedenen Plätzen spawnen. Aber, das werden wir dann sehen. Ich weiß jetzt nicht, ob es so schlau ist, ähm, ja, gerade in der Nacht loszugehen. Aber, okay. Rustic Sky. Das sind natürlich benannte Inseln. Und Ascension Woods. Wir haben hier Nord, West, Ost und Süd. Ich glaube, in den Osten will ich nicht. Deswegen ab in den Norden. Boah, da hat man richtig Angst. Okay, ihr könnt die Landschaft bewundern. Wie ihr seht, alles fliegend. Das heißt, bei einem Sturz nach unten ist man praktisch gesehen Muß. Ja, entschuldigt für das 4-3 hier, 4-3-Gültchen-Verhältnis. Aber anders kann ich wohl nicht aufnehmen. Deswegen werdet ihr wohl verkraften müssen. Ab und zu gibt es Greenlegs, aber eigentlich nur, wenn wir ein neues Area finden. Oh, Hilfe. So. Ich nehme einfach mal alles mit, was ich hier finden kann. Ihr müsst mir vorne warnen hier, ob irgendwelche Zombies kommen. Oh, ist das kalt. Hier ist irgendwas. Nothing. Okay, zur Sicherheit fällig über einen Baum, so wie im normalen Minecraft. Genau. Bam. So. Ja, die Musik kommt genau richtig. Komm her. Oh, Geizhals. Okay, wir haben hier einen Tunnel. Übrigens, das Haus, wo wir gerade waren, da hinten, das heißt Casa del Cielo, das heißt Haus des Himmels. Hühnchen. Sterb, Hühnchen. Ihr überlebt nur der Stärkste. Spinne. Ich bin wohl nicht der Stärkste. Ich bin nicht der Stärkste. Ach, bin ich doch. Ah, Screenleg. Das war schlecht. Spinne. Da muss man aufpassen, falls Löcher kommen. Spinne. Kannst du fliegen? Oh mein Gott. Ach, die Dinger können ja... Ah, die könnten Walls climben. Fuck, fuck, fuck. Das habe ich ganz vergessen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich muss vorsichtig sein. Extrem vorsichtig. Ja, komm her. Komm her. Komm her. Hey. Der ist ja gerade in den Baum hochgeklettert. Der tat so ein Spinne oder was? Gebt mich so an. Wow. Wow. Sterb. Sterb. Tarzan Spinne. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich habe, glaube ich, eine Chest vergessen, die vorher war. Aber, ja, who cares. Wow. Wow. Das ist schlecht. Das ist schlecht. Sterb. 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 Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Autsch. Wie ihr seht, ziemlich dangerous. Ich habe nur vier Herzen. Das ist ja awesome. Ja, der hat uns am Anfang nicht sehr viele Items gegeben. Deswegen müssen wir das wohl alles selber anschaffen. Anschaffen. Da ist was. Da war was. Nicht. Ich kann es kaum erwarten, die richtige Insel von oben zu sehen. What the? Okay, da gehe ich nicht lang. Oh mein Gott. This is awesome and scary at the same time. Hier darf ich keine Fehler machen. Lässt du mich nur. Okay. Wie ihr seht, Kiesinseln, die fliegen. Moment mal. Genau. Kiesinseln, die fliegen. Das sind Fallen. Das sind richtige Fallen. Weil Kies kann eigentlich nicht fliegen. Das fällt eigentlich runter. Und sobald man da irgendwas verändert, merkt das Server das. Ach, Server. Merkt die Map das und das alles fällt runter. Das heißt, wir dürfen uns nicht auf Sand, auf fliegenden Sand oder fliegenden Kies begeben. Das könnt ihr nicht unter Umständen sehr unglücklich... Oh, what the fuck? Unglücklich enden. Dann wird's Tag. Wird's Tag? Mond? Mond? Where are you? Boah, ich hab Angst, dass die Screenlegs verursachen, dass ich runterfalle. Da ist der Mond. Das heißt, es wird gleich Tag. Wir könnten gleich eigentlich seh... Öh... Wir könnten gleich eigentlich sehen, dass... Ja, wo wir sind. Exactly. Ich kann theoretisch auch mal eine Map einblenden, also die Image, die dabei war. Aber jetzt gerade ist das unpassend, denn ich hab mir gerade in die Hose gepisst. Wird hell. Ich werde jetzt hier warten. Da sind Skeletten. Ja, der ist tot. Ich glaub, ich hab hier noch ein Schwein gesehen, obwohl das war der Himmel... Ai, 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 ai. What the fuck? Wenigstens wird's Tag. Okay. Wie's aussieht, müssen wir... Da rum. Just... Ah, Gott, oh Gott, oh Gott. Runter, runter, runter. Ich weh, ich falle runter. Dann bläme ich euch. Ai, ai, ai. Okay. What the fuck? What the fuck? What the fuck? What the fuck? Im Huna-Zombie. Geh weg, geh weg, geh weg. Lässt du mich in Ruhe? Lässt du mich in Ruhe? Ja, jetzt sterben sie. Okay. Hausgefunden. Ein Ofen, den ich nicht mehr brauchen kann. The Creeper in the Sand holds a secret. Sterb. Boah, Cheetah. Komm her. Was sind Cheetah? Stellt, dass ich einfach unter einen Baum bin, wenn man nicht verbrennt. Okay. Pilze, die tue ich da am besten alle rein, weil... Gut. Einen Apfel lasse ich da drin. Ich lasse mich nämlich nicht verarschen. Wenn ich dann runterfalle, bin ich gearscht. So. Volle Leben. Shit. Get it for now. Oh. Ich fröstle. Nicht allein wegen... ...der Größe dieser Map. Der Furchteinflößigkeit. Ah. Oh, what the fuck. Zum Glück. Ich dachte, das wäre ein fliegender Sand. Lass mich vorbei. Lass mich vorbei. Ich habe Angst hier drauf. Seriously. Ich habe... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was ist das? What the fuck? Hat er das extra gemacht? Ich muss da lang. Ey, allein am Tag ist das schon so oft gefährlich. Warum lässt er mich noch in der Nacht hier rumlaufen? Das ist fuck gefährlich. Fuck gefährlich. Ja, das Wort habe ich mir ausgedacht. Aber egal. Ach Blumen. Die beruhigen mich jetzt. Nicht. Wieder so ein Cheater-Zombie. Na, warte. Naja, vermutlich. Schafe. Nein, die lohnen sich jetzt nicht. Obwohl. Eisen. Ja, das könnte ich gebrauchen. Ware. Also. Okay, also anyway. So. Schön Eisen abbauen. Komm her. Eisen, Eisen, Eisen. Brav, Eisen. Hä? Ach da. Okay, das ist viel Eisen auf einmal. Mal. Okay.